Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici 23. März 2019 Denderas Blick in die Akasha-Chronik Heute verspüren wir eine gewisse Unsicherheit. Besonders wenn es um Entscheidungen geht und fragen wir uns, soll ich, soll ich nicht, vielleicht. Und diese Unsicherheit sollen wir überwinden, mutig zu sein, etwas wagen, auch wenn das erst mal ungewiss erscheint, trotzdem im Tat umsetzen und dabei zu unserem Selbst stehen und die Frage stellen, was will ich? Und genau das vermitteln nach außen. Eine wichtige Nachricht nähert sich und wird sich etwas aufklären. In der Liebe-Partnerschaft haben wir mehr Leitigkeit und können wir unserem Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir haben Träume und wir glauben an diesen Traum. Kunst, Kreativität Es ist eine sehr gute Zeit, inspirieren lassen, eine Ausstellung organisieren, Termine ausmachen, beweglich sein und diesem Kunstwerk nach außen in die Öffentlichkeit präsentieren. Und das war Denderas Blick in die Akasha-Chronik. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich Willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zum Erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr die Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.